Hi, ich bin der Fabian und ich bin der Rudi. Ich will zeigen euch heute was man mit dem ersten Stock der Garderasch zuvor. Dann gehen wir jetzt auch gleich wieder. Wie sieht man jetzt die Pläne vom ersten Stock von der Garderasch? Anfangen wir hier mit unserem Roboterlabor. Das ist das Roboterinstitut von der Kunstuniversität. Das übersiedelt hier zu uns. Direkt da drinnen ist unser Classroom. Das ist zum Motto Ausbildung lernen und wachsen in der Gragarage. Ein so einer Ausbildungszentren. Dann kommen wir hier weiter in den Bereich für Faserverbundwerkstoffe, Kohlefaser, Glasfaser. Dann hier das Herzstück vom ersten Stock, die Maschinenwerkstatt. Da findet man CNC-Fräsen, Drehbänke und solche Dinge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann kommen wir hier weiter in diesen Bereich. Das ist unser Beschichtungsstudio. Da kann man Fahrradrahmengröße, Nasslackieren und Pulverbeschichten. Und hier direkt daneben ist der Blechbereich. Hier kann man alles mögliche mit kleinen Formattafeln machen. Also Biegen, Abkanten, Tafelscheren, Ausklinken, alles Mögliche. Direkt da daneben ist dann unser Schweißstudio. MIG, MAG, WIG, alle Sachen, die man sich noch irgendwie im Schweißbereich vorstellen kann. Und da am Ende ist unser Einzelhandel für Spezialmaterialien. Also Schrauben, Masken, Handschuhe. Alles was man beim Baumarkt klassisch nett bekommt. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Überblick über das erste Stockwerk der Grogarasch bekommen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.